Die fahren einfach drüber. Ist auch die Schicht heiler oder was? Na ja, dann kommt der nicht raus. So, dann kommt der nicht raus. Das ist eine schwere Arbeit für diese Person. Es rechter hoch und runter zu machen. Warum müssen die Leute nicht hören. Denn es sind trotzdem die Leute gesperrt. Jetzt kommen die Radfahrer. Stört die gar nicht. Deswegen gibt es ab und zu viele Unfälle hier. Ab und gleich. Wo gibt es die Kreuzung. Muss man hier auch keine Brücke bauen. Aber das Problem ist, dass früher diese Bahnlinie war außerhalb der Stadt. Aber jetzt ist die Stadt vergrößert. So jetzt ist die Mitte der Stadt geworden. Da muss man jeden Tag hier und da hin und her fahren. Und da gibt es viele Fälle, von wo muss man über die Gleis fahren. So einige Orte haben schön die Brücke gebaut. Aber einige Orte noch nicht. Warum hat es eine Brücke zu bauen? Das kostet sehr viel Geld. Und da muss man viel Platz haben. Zum Beispiel jetzt sieht man, von dieser Seite kommt diese Straße. Wie kann man auf dieser Straße eine Brücke so und so bauen? Das ist auch das Problem. Das ist der Einzige. Es ist nicht ein großes Problem sein. Aber ich weiß nicht, warum das Stadt so viel Geld über diese Straße geht. Die haben kein Geduld. Da muss man hinten umstehen. Aber die alle sind hier. Wenn es kommt, ein Auto von der anderen Seite. Dann kann man hier fahren. Die Leute verstehen nicht. Die alle sind in der Eile. Aber so, wenn man steht, dann macht das Problem für sich und für die anderen auch. Das ist der Regulierung. Das ist der Regulierung. Das ist eigentlich, das ist der Maßstab, der Motorrad und Motorradler. Sie können schnell fahren. So fahren. Von der anderen Seite weiter fahren. Wenn das... Die gehen noch drüber. Ja, jetzt. Das war gut. 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 Ja, da ist der Grund zum Arbitz. Das ist sehr super. Das ist super. Jetzt wäre noch schnell. Das war noch reißen. Ich hätte wieder noch gehabt, noch nicht. Das ist nicht so. Ja. Wunze Bareilly. Wunze Bareilly. Und Huji ist so weit weg, von da kommt. Huji ist eine Stadt ganz am Grenzlug von Pakistan in Gujarat. Ja, ja, so der Wighter geht es bis zur Station. Das ist langsam das, so wie der Rite Lomitern, not Wighter, das geht es bis zur Bahnhof. Ja, das wird überhaupt gar nicht. So sehen wir, dass es ganz voll wie ein Zakt, Sie können sehen, die Fünste. óer von Frankfurt, In der Nacht ist er ein Eisbüch und darum, die Fünste ist eine Schammerzung. Die Fünste ist ein Schammerzung. Das ist ein Schammerzung. Wie ist es ebenso einen Gerät in der Widicaten? Wo ist es die Schammerzung? Ich halte hier. Ich halte hier. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Danke.